Es ist ein normaler Dienstagmorgen. Tina und Mia stehen an der Treppe. Sie machen jeden Morgen ein Wettrennen von der Treppe bis zum Frühstückstisch. Wer als erstes unten ist? Als sie unten sind, setzen sie sich an den Tisch und frühstücken. Dann fragt der Vater. Was macht ihr denn heute so in der Schule? Wir haben heute das Thema Alpen. Oh, die Alpen. Dort ist es toll. Früher war da mal ein Meer. Stimmt genau. Und dann sind die Alpen durch die Plattenverschiebung entstanden. Sie sind über 3000 Meter hoch. Das hört sich cool an. Wir müssen jetzt in die Schule. Ciao. Beide arbeiten im Unterricht fleißig mit. Dann agreements im Unterricht. Huiz und slutsally sind Farbe. Das war dann mal, wo ich heute zurückgeeous. Ach, oh, okay. �